Das Geschäft mit Prostituierten ist eine lukrative Branche. Sie ist aufgeteilt zwischen deutschen, albanischen, türkischen und arabischen Gangs. Ein paar Jahre Gefängnis gehören für die Rotlichtpaten zum Geschäft. Berufsrisiko. Und selbst mehrere Jahre Haft kann sie nicht stoppen, wie der Fall Neccio Arabaci zeigt. Aus der Justizvollzugsanstalt Bochum dirigiert er ein europaweites Netz seiner Bordell-Mafia. Die Leidtragenden sind Zwangsprostituierte vor allem aus Osteuropa. Ihren Zuhältern sind sie hilflos ausgesetzt, wie Klaus Wiendel und Oliver Bendixen berichten. Wer die Frauen hat, hat die Macht im Rotlichtmilieu. Mit ihnen werden jede Nacht in Bordellen Millionen umgesetzt. Doch welcher Freier weiß schon, wie die Frauen gefügig gemacht werden. Uns wird ständig gedroht, berichtet eine Prostituierte, die anonym bleiben will. Wenn wir nicht Tag und Nacht zur Verfügung stehen, fliegen wir raus. Oft werden uns auch Strafen angedroht. Zum Beispiel, wenn wir uns ein Handtuch umwickeln, kostet das 10 Euro. Nach draußen telefonieren dürfen wir auch nicht. Und den Megaservice, den Verkehr ohne Kondom, müssen wir auch machen. Mir fällt auf, dass viele türkische Frauen hier arbeiten. Sie arbeitet für eine türkische Gang, die in Köln seit Jahren um die Vorherrschaft in der Disco-Türsteher-Szene kämpft. Denn am Eingang wird entschieden, was drinnen abläuft. Die Türsteher sollen junge Frauen umgarnen, um sie möglichst bald in die Prostitution zu bringen. Um diese Schlüsselpositionen kämpfen die Gangs seit Jahren. Mit ständigen Razzien versucht die Kölner Polizei, diesen Sumpf der organisierten Kriminalität auszutrocknen. Nicht ohne Erfolg. Dennoch gelingt es der Szene, so die Recherchen von Report München, ihr Netz mit Strohleuten über das Bundesgebiet auszubreiten. Es gibt eindeutige Erkenntnisse, dass hier auch ethnisch abgeschottete Strukturen arbeiten. Dass es Türkengruppierungen gibt, aber auch Gruppierungen von Traftätern aus Südosteuropa, aus Osteuropa, die ihre Positionen in dieser Kriminalitätslandschaft durch sehr rücksichtslose und brutale Vorgehensweisen durchsetzen. Das ist das Mittel, mit dem sie sich Respekt einflößen. Und wenn die Polizei hier nicht funktioniert und endlich auch einen deutlichen Schwerpunkt in der Bekämpfung dieser Kriminalität setzt, werden sie mit ihrer Brutalität nur weitere Triumphe in Anführungsstrichen feiern. Dies dürfen wir nicht zulassen. Es ist ein zäher Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Denn die Gangs fackeln nicht lange. Sie schießen die Konkurrenz mit Waffengewalt aus dem Feld. Auf Weisung der Bosse, denen die Mordaufträge aber nur schwer nachzuweisen sind. Bei den Prozessen gegen die türkischen Mafiapaten vor dem Kölner Landgericht, das an den Verhandlungstagen einer Festung gleicht, kommt die ganze Brutalität ans Tageslicht. Mit seinen Vertretern stand der General der Kölsch-Türken, Necati Arabaci, genannt Neco, vor Gericht. Als Rädelsführer einer kriminellen Vereinigung wurde er für neun Jahre ins Gefängnis geschickt. Jetzt droht ihm auch noch eine anschließende Sicherungsverwahrung, weil er aus der Zelle die Ermordung eines Konkurrenten und des ermittelnden Staatsanwaltes ankündigte. Der hatte Arabaci wegen Menschenhandel, Zuhälterei, Erpressung, Freiheitsberaubung und Drogenhandel angeklagt. Wie treibt er aus der Zelle heraus noch sein Geschäft? Das kann man eindeutig mit Ja beantworten, zumindest nach den Erkenntnissen unserer Ermittlungen. Im Rahmen einer Bedrohungslage des sachbearbeitenden Staatsanwaltes hatten wir verdeckte Ermittlungen durchgeführt und konnten feststellen, dass er im Prinzip das gleiche Geschäft, nämlich das Betreiben von Bordellen, das Zuführen von Frauen, aber auch das Stellen von Security über Strohleute, über seine Gewehrsleute aus dem Gefängnis heraus betrieben hat. Die als FKK-Clubs getarnten Luxusbordelle Babylon bei Köln und Viago in Leverkusen sind die Keimzelle des Machtzentrums von Necati Arabaci, der nach Erkenntnissen der Kripo weiter an den Einnahmen beteiligt ist. Die Geschäftsidee ist einfach. Mehrere hundert Prostituierte werden permanent durch die Etablissements geschleust, die nach außen proper den Behörden keinen Angriffspunkt bieten sollen. Strohmann für Arabaci ist der Kölner Olaf R., der vielfach als Gesellschafter der Bordelle auftaucht. Es gibt einen landgerichtlichen Beschluss, in dem festgehalten ist, dass dieser Olaf R. Strohmann für den bereits verurteilten Arabaci war und auch weiterhin ist. Das betrifft Bordellbetriebe in Köln über Augsburg bis Mallorca. Arabacis Imperium. Über den Kölner Strohmann und örtliche Rotlichtgrößen werden immer neue Bordelle eröffnet, zuletzt in Ulm. Alleine das Augsburger Kolosseum bringt den Betreibern geschätzt über 100.000 Euro im Monat ein. Werbung im Internet für das menschenverachtende Geschäft mit der wahre Frau. Schon vor der Eröffnung des Kolosseums hatte die Kripo die türkischen Hintermänner ermittelt. Aber sie rätselt noch immer, woher die Millionen für die Investitionen stammen. In der Tat haben wir in Augsburg eine neue Form der Bordellbetriebe, die jetzt auch bundesweit erkennbar sind, die weitgehend unter dem Begriff FKK-Club firmieren mit einem neuen Marketingkonzept. Wir haben diese Bordellbetriebe sehr genau beobachtet, haben auch Ermittlungsverfahren geführt und haben auch festgestellt, dass letztlich hinter diesem in Augsburg befindlichen Bordellbetrieb Personen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität in Köln stehen. Bis nach Mallorca verschoben Arabaci und seine Gefolgsleute die Prostituierten. Nur ein paar Kilometer vom Ballermannstrand entfernt stiegen sie im Rotlichtviertel an der Plaza Gomila in das Geschäft mit dem Sex ein. Rikis Table Dance war diesmal eine Fehlinvestition. Ein Flop. Sie wird geschlossen. Dabei hatte man auf Mallorca Großes vor. Mit der Agentur Sirius aus Jade war die Vermittlung von 40 sogenannten Tänzerinnen aus Osteuropa vereinbart worden. Dieser Vertrag über 36.000 Euro regelt die Übernahme der Reisekosten und das Casting der Prostituierten in einer ukrainischen Disco. Wörtlich ist von Selektion die Rede. Und wieder haben Arabaci, alias Netscho und sein deutscher Strohmann Olaf die Hände mit im Spiel. Ein eigener Sicherheitsdienst sorgt für das richtige Drohpotenzial. Auch mit Rockern der berüchtigten Hells Angels, denen seit Jahren Verbindungen zur organisierten Kriminalität nachgesagt werden. Der türkische Kiez an der Kölner Kolbstraße. Vor diesem Salon explodierte im Juni 2004 eine Nagelbombe. Auf dem Friseurstuhl saß zum Zeitpunkt der Detonation einer von Arabacis Soldaten. Ob Arabacis Truppe das Attentat galt, das 22 Verletzte forderte, wird von der Kölner Soko Sprengstoff untersucht. Für die Polizei ein weiteres Indiz, wie rasch auch unbeteiligte Opfer in diesem Rotlichtkrieg werden können. Wenn man in Deutschland wissen will, welcher Landwirt finanzielle Hilfen bekommt, merkt man schnell, Agrarsubventionen sind...